Ich lerne Deutsch. Nummer 881 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass jedes einzelne Teil absolut perfekt aussieht. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass jedes einzelne Teil absolut perfekt aussieht. Die Strandbar hat schon morgens ab 10 Uhr geöffnet. Es sind nur wenige Menschen da. Die Strandbar hat schon morgens ab 10 Uhr geöffnet. Es sind nur wenige Menschen da. Die Kiste ist zu schwer für dich. Ich helfe dir beim Tragen. Die Kiste ist zu schwer für dich. Ich helfe dir beim Tragen. Die Kiste ist zu schwer für dich. Ich helfe dir beim Tragen. Ich kann nicht arbeiten, wenn du bei mir bist. Geh zur Oma. Ich kann nicht arbeiten, wenn du bei mir bist. Geh zur Oma. Ich sitze auf einem Baumstumpf im Wald und telefoniere. Ich sitze auf einem Baumstumpf im Wald und telefoniere. Ich sitze auf einem Baumstumpf im Wald und telefoniere. Ich studiere Maschinenbau im dritten Semester. Ich studiere Maschinenbau im dritten Semester. Ich studiere Maschinenbau im dritten Semester. Geh nicht weg, ich wollte doch mit dir reden. Unser Ferienhaus ist gut ausgestattet. Es gibt Tisch, Fußball und Tischtennis. Unser Ferienhaus ist gut ausgestattet. Es gibt Tisch, Fußball und Tischtennis. Diese Birke hat dicke, bemooste Wurzeln. Mose entwickeln sich gut bei hoher Luftfeuchtigkeit. Diese Birke hat dicke, bemooste Wurzeln. Mose entwickeln sich gut bei hoher Luftfeuchtigkeit. Diese Birke hat dicke, bemooste Wurzeln. Mose entwickeln sich gut bei hoher Luftfeuchtigkeit. Getränke bezahle ich für unsere gesamte Gruppe mit meiner Kreditkarte. Getränke bezahle ich für unsere gesamte Gruppe mit meiner Kreditkarte. Getränke bezahle ich für unsere gesamte Gruppe mit meiner Kreditkarte. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Der Handwerker war da. Dachrinne und Fallrohr wurden erneuert. Der Handwerker war da. Dachrinne und Fallrohr wurden erneuert. Ich bin etwas außer Atem. Der Lauf hat wohl doch zu lange gedauert. Wir haben diese alten Küchenutensilien für 20 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Wir haben diese alten Küchenutensilien für 20 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Heute kochen mein Sohn und ich zusammen Spaghetti. Heute kochen mein Sohn und ich zusammen Spaghetti. Heute kochen mein Sohn und ich zusammen Spaghetti. Das Wasser ist jetzt heiß genug. Bei der nächsten Wanderung werde ich einen kleineren Rucksack mitnehmen. Dieser ist zu schwer. Am Straßenrand parken mehr Autos als sonst. Ich finde keinen Parkplatz. Worüber denkst du nach? Kann ich dir helfen? Worüber denkst du nach? Kann ich dir helfen? Ich muss aufpassen, dass der Laptop nicht nass wird. Ich muss aufpassen, dass der Laptop nicht nass wird. Ich weiß nicht, welches Werkzeug du brauchst. Ich habe eine Auswahl mitgebracht. Ich weiß nicht, welches Werkzeug du brauchst. Ich habe eine Auswahl mitgebracht. Kommst du mit in die Vorlesung? Heute startet ein neues interessantes Thema. Kommst du mit in die Vorlesung? Heute startet ein neues interessantes Thema. Du solltest spätestens um halb acht abfahren, damit du pünktlich im Büro bist. Du solltest spätestens um halb acht abfahren, damit du pünktlich im Büro bist. Es hat an der Tür geklingelt. Ich schaue durch den Türspion. Es hat an der Tür geklingelt. Ich schaue durch den Türspion. Zu Hause übernehme ich das Kochen, weil ich mir sehr gerne neue Gerichte einfallen lasse. Zu Hause übernehme ich das Kochen, weil ich mir sehr gerne neue Gerichte einfallen lasse. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich schaue durch den Türspion. Ich schaue durch den Türspion. Untertitelung des Lammanyons. Hier ist es für den Türspion. Du solltest den Türspion.